Ideemore Garage Mähroboter Produkt aus Verbundaluminium mit Hochglanzlackierung Geräuschloses Material im Regen, schützt vor Hitze Innenmaße in Zentimeter, Länge 74,5 x Breite 57 x Höhe 39 Befestigung Am Boden unabhängig von der Ladestation mit Edelstahlsystem und mitgelieferten Kunststoffnägeln Ideal für Husqvarna 105.305.308.310.315 315 x Bosch Indigo 350.400 Mekkalle und Yardfors Gardena Sileno 250.500 Stadt Sileno, Stiel, Robomoff, Ambrosio Roboter Unabhängige Abdeckung Schutz Der Baldachin ist völlig unabhängig von der Ladestation. Es wird mit Edelstahlhaltern und Nägeln im richtigen Abstand von der Ladestation am Boden befestigt und wird so zu einem echten Schutz für den Roboter. Roboter Jeder versehentliche Aufprall oder jedes Ereignis wird von der Abdeckung absorbiert, ohne den Roboter und die Ladestation zu beschädigen. Beständige Konstruktion Robotermärabdeckung aus 3 mm Aluminiumverbundwerkstoff zum Schutz der Robotermär und der Ladestation vor der Sonne vor. UV-Strahlen und Regen, Hagel und atmosphärische Mittel, schöne Außenlackierung leicht zu reinigen und leicht zu pflegen. Es widersteht unbeabsichtigten Stößen und Wind. Vorbereitete Löcher Der Baldachin ruht mit einem Edelstahlelement und vier Befestigungslöchern auf dem Boden oder auf dem Boden. Sehr einfach zu installieren, ist es eine kompakte und solide Struktur. Die Abdeckung hat eine Neigung, durch die Regen außerhalb der Ladestation gleiten kann, ohne auf den Roboter zu fallen. Die Garage One 1.0 Abdeckung hat abgerundete Formen und perfekt lackierte und glatte Oberflächen in der Farbe Anthrazit RAL 7016, sehr vielseitig und für die Integration in jeden Garten geeignet. Abmessungen Gesamtlänge 74,5 cm Gesamtbreite 57 cm Gesamthöhe 39 cm Greta geeignet für viele Modelle von Grasschneider-Robotern Danke fürs Zuschauen Gesamtbreite 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 Gesamtbreite